Der Garten von Alhambra. Das ist eine riesige Gartenanlage. Mit Gärtchen, Wegchen, Brünnen, Steinmühlen, Bänken. Alles was das Herz begehrt. Jetzt sind wir im Hintergrund noch die Granada. Wir begrüßen vor Alhambra. Also haben wir heute mit zwei bis zum Wagen der Brüten. Der Garten ist auch ein Schmuck. Sobald er sich saner und schlagt, die wir uns mal über gobern haben und den Tag haben wir zum Beispiel. Sobald er sich am besten hat und den Tag ist ein Schmuck. Sobald er sich mir zu Afterglasen muss,